Gut, dann würde ich sagen, mache ich jetzt erstmal für heute Schluss. Nochmal kurze Zusammenfassung, wie immer. Oh, ach ja. Ah ne, ich gebe hier vorher noch Leonardo Endsequenz für diesen Part. Aufnahme. Sehr wohl. Gut. Ah, Meister, ihr wieder. Seid mir aufs Herzlichste gegrüßt. Nun, da ihr meine Schwefelminen wieder aufgebaut habt, kann ich euch einiges von dem Schießpulver abgeben, das ich zwischenzeitlich gefertigt habe. Geht aber äußerst vorsichtig damit um. Nicht, dass euch Dinge um die Ohren fliegen, die das gar nicht sollen. Ich habe das Schießpulver bereits nach Tendrell bringen lassen. Ich schätze, ihr könnt euch nun aufmachen, euren Orb aus dem Außenposten zu holen. Heizt den Burschen nur ordentlich ein. Kerne werden sie euch das Schmuckstück nicht überlassen. Darin, habt Dank für das Pulver. Wir haben den Durchgang zu den Zümpfen bereits freigesprengt. Ihr könnt nun passieren. Und jetzt, da der dunkle Bastard mich nicht mehr erpressen kann, werde ich auch Truppen ausheben, die die Stadt verteidigen. Eines noch. Da euch ein schwerer Kampf bevorsteht, möchten wir euch zwei militärische Anlagen in der Stadt unterstellen. Hier könnt ihr eure Truppen auffrischen und neue Einheiten rekrutieren. Viel Erfolg, Dario. Möge das Glück mit euch sein. Gut. Ihr seid auf Feinde gestoßen. Sie greifen an. Achso, Reiter. Wir sind hier reingekommen. Meine Kanone. Salim. Salim. Ich tue mit Allas Hilfe mein Bestes. Wie ihr befehlt. Jawohl. Ich werde mich darum sorgen, Bein Kalifis. Lasst mich eure Wunden sehen. Mist. Kann ich jetzt einfach nur dazu sagen. Hier war doch irgendwo eine Miene. Ich weiß jetzt. Ich lasse die jetzt einfach so. Die hier kommen hier hoch. Ist in Ordnung. Wenn's denn sein muss. Wenn's denn sein muss. Die schicke ich runter. Ja. Ich tue mein Bestes. Ist jedenfalls nett von denen. Geld hab ich auch ein bisschen wieder. Wird gemacht. Betrachtet die Sache als erledigt. Wird gemacht. Die muss ich auch ganz dringend auffüllen. So soll es sein. Ja, mein Herr. Kriegen meine Jungs und ich heute Abend frei. Wie ihr befehlt. Ja. Sofort. Jetzt bin ich gespannt, wo die hinrennen. Wenn die jetzt so täglich kommen, dann... Ja, ist das eigentlich auch nützlich. Gut, ich postier die hier erstmal nur. Wir kümmern uns darum. Ja. Dann müsste das ja lang... Das müsste ja dann schon langsam so gehen. Sehr wohl. Gut. Fertig. Ja, Herr. Wird gemacht. Aber ich wollte jetzt oder so mal langsam Aufnahme-Schluss machen. Und ja... Das werde ich dann jetzt auch tun. Ja, noch... Ich war ja dabei bei der kurzen Zusammenfassung. Ja. Ja, also... Vielleicht füge ich beim ersten Video, was ich hochlade, den Link ein. Und vielleicht auch nochmal beim letzten von... Dragon Surges Video. Oder von seinem Kanal. Aber ich glaube, Video wäre dann im Prinzip dann einfacher. Und ja... Falls es irgendwie schneller möglich ist, vielleicht... Seine anderen Videos ansehen. Ähm... Also so speziell gemachte... Mit Musik und Bildern und... Die sind eigentlich auch sehr gut gemacht, finde ich. Und ich weiß gar nicht, wie oft ich... Ich glaube, ich habe das schon bei den letzten drei Aufnahme-Blogs gesagt. Ob das jemanden interessiert, keine Ahnung. Aber ich werde es weiter darauf hinweisen. Vielleicht tut es ja doch endlich jemand mal. Gut, dann... War sonst noch irgendwas... Hier war die Mine. Hier, Späfelabbau. So, ähm... Sicher, dat? Ja, mein Lord. Jawohl. Ja, Herr. So... Fürchtet die Wunde nicht länger. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. Aber gern? Ja, gut. Ich denke mal... Ja, das war's. Und... Bis zum nächsten Mal. Ob das... Ob ich dann im nächsten... In der nächsten Aufnahme dann fertig werde? Also mit der Runde oder nicht? Das wird sich ja dann noch zeigen. Also dann. Tschüss und... Ende.